Bei Pirate Dispant ist immer noch die Taktik, flieg herum, flieg aufs Total, dann mach Sturzlook direkt und dann bist du schneller da. Keine Chance, tausend Leute, tausend Leute, meine Chance sich alle umzubringen. Noch mehr, noch mehr Kundschaft, sie wollen alle Burger, ich muss sie aber umbringen. Wann alle Burger? Mach gleich Burger, lass mich, lass mich, ich will, ich mach gleich Burger, ich mach gleich den Burger. Ja, mein Gott. Warum seid ihr alle so bürgersichtig? Wollt ihr alle Burger haben von mir? Nein, der Burgerladen ist geschlossen. Noch mehr, die zum Burgerladen wollen. Sehen kaum mehr. Mehr Leute, die zu einem scheiß Burgerladen wollen. Ein zweiter Burgerladen. Da gehen gerade welche hin. Aber ich will, ich will, dass die alle verschwinden. Die Dinger vor meiner Fresse sieben. Wo sind Brotte? Boah, was sehr knapp, Gott. Wo ist Truhe, Truhe, Truhe? Truhe, Truhe? Ich hab keine Materialien. Dimensionsportal. Der eine Noskop war mega knapp. Habt ihr das gesehen? Wie knapp dieser eine Noskop war? Habt ihr das gesehen? Der, dieser Noskop, der war so knapp. Der war so close. Portal, 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 Dimensionsportal, Hilfe, bitte. Ein Dimensionportal. Ein Dunkel wäre endlich. Aber trotzdem, für die Anfangs sind sieben, kühlt sehr viel. Machen nicht viele. Das ist jetzt sowieso Paradise Farm. Tilded 3.0 geworden ist. Gehen da jetzt alle hin. Das ist Tilded 3.0. Wer geht bitte nicht Tilded 3.0? Deadbush. Mann, ich wollte den Deadbush umbringen. Truhe. Aber kein Dimensionsportal. Ich bin nur in der Wüste. Ich verrecke sie. Ich brauch Wasser. Ich brauch Wasser. Ich verrecke in der Wüste. Wo sind die Scheiß-Dimensionsrisse? Ist noch gleich gegen den Kaktus, derwe. Mann, das ist nicht dumm, dass der Kaktus sich Schaden macht. Ist das ein Ernst? Warum willst du die Garten- Warum wollen alle ein Burger? Ein Big Mac. Warum wollen alle ein Big Mac? Ich habe keine Big Macs mehr. Ich habe keine Big Macs mehr zum monatsten Mal. Zum tausend-millionsten Mal habe ich keine Big Macs mehr. Zum tausend-millionsten Mal habe ich kein Big Macs mehr. Ich habe keinen Big Macs mehr. Entschuldigung. Aber die sind leider ausverkauft. Alle die ganze Zeit so, beim McDonalds. Ich will gerne ein Big Macs. Die laufen mir die ganze Zeit hinterher. Genau. Genau, ist gerade vor Ort. Wollen Big Macs. Wollen einfach nur ein Big Macs. Wollen einfach nur ein Big Macs. Und dann geht's weiter. Wer kann nicht nur ein Big Macs mehr machen, werde ich das schaffen oh nein b ja ich schreibe es jetzt in die Kommentare ich überlebe ich überlebe ha 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 naja oder am besten den am besten den am besten der ist gerade so offen Bäm! Zu viele Kills. Fertig. Mann, mit dir sag ich Schluss. Den einen Schlosser senden. Was willst du? Was willst du? Ich hab dir geholfen, ne? Was willst du von mir? Ich hab dir geholfen. Hab zu dir wenigstens Ehre, Mann. Ich hab dir geholfen. Ich bin fertig. Das ist ein Wunsch. Das ist dein Weg. War auf. 11 kill die darf ich nicht vermasseln darf ich nicht vermasseln trinkt den jack jack machen bitte habe ich ein tippo jetzt habe ich jörg und wessen ist warte wie weit ist die zone kann nicht schaffen aber ist echt für alle direkt laufen direkt laufen das sind platziert hat der ist ja mega ehrenmann hat mir mein leben gerettet danke für das jump hat mich nicht so weit gebracht aber hauptsache etwas weit gebracht um zu töten zu kommen ich habe vor mir noch elf gegner ich habe ein zehntel aller spieler getötet ein zehntel aller spieler getötet ich bin wahnsinnig ich habe ein zehntel aller spieler umgebracht das ist krass das ist echt krass 11 kills ich habe auch so viele ich kann ich kann so geil deswegen bloß jetzt zu sterben Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das Game darf ich nicht vermasseln. Ich darf es nicht. Ich darf es vermasseln. Weiß nicht. Der deutsche Rekord war 23 Kills. Ich kann zur Hälfte den deutschen Rekord knappen. Der deckt bei sich einfach nur so. What? Ich muss ihm umbringen. Das geht an meiner Killsanzahl an. Kein Rocket Launcher mehr benutzen. Der Rocket Launcher ist gut. Ich kann jetzt nicht mal atmen, Dinge. Warte. Ach, das blaue. Das ist blaue. Oh, schon direkt nachgeladen, weil er hat nichts benutzt. Er hat so schnell umgebracht. Ich habe gar kein Fügel mehr benutzt. Gott sei Dank. Direkt ja auch Gewehr noch. Ja, ja. Gewehr Games kann ich mitmachen. Ich lasse ihn da ruhig verrecken. Ist nicht mein Problem. Traum, das hier umbringt. Ich kann 17er Kills machen. 17er. Okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Töne für eine große Herausforderung. Können Sie noch eihmen. Ent portionk семelungen. Dann sind wir strayungen. Ja. Nein. Nach hal Drei Sekunden, nächster Gegner. Keine Materialien mehr. Er ist unten gelandet, der muss ich ihn einmal reinhauen mit dem Mockwunscher. Letzter Gegner, letzter Gegner. Nicht versauen, nicht die 15er Killwounds versauen. 15er Killwounds. Das ist der letzte Gegner. Keine Materialien. Keine Materialien. Das sind Materialien. Nimm sie mit, sonst wirst du das Game verlieren. Materialien, Materialien. Kann ich das Game gewinnen. Das wird doch kein Sniper Gunfight oder? Einmal mich ganz kurz einbauen. Mal bloß etwas machen. Äh, 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 äh. Ein richtiger Try, oder? Er wird gewinnen. Aber er wird verlieren. Aber er wird verlieren. Entschuldigung. 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 Diese G飾ung öunning. Das wurde noch nicht genannt. Er hat sich davon gesehen und allesgetan. Ersch pienst mir auch mal汉. Entschuldigung, er hat sich別 dieses Jaguar. Aber er hat sich sehr sehr gerne.